Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Resident Evil Village. Ich mache mal eine Aufnahme, da ich momentan viel arbeiten bin und nur vormittags zurzeit Zeit habe und nicht streamen kann, weil ich habe das ja sonst immer gestreamt, deswegen werde ich aufnehmen, bis ich wieder Zeit habe. Vielleicht haben wir es bis dahin auch durch, ich weiß es nicht. Mal ganz kurz schauen. Fisch haben wir. Das haben wir, das haben wir. Das auch. Da komme ich eh nicht mehr hin. Da komme ich nicht mehr hin. Wie geht's das Haus? Das ist ja eingestürzt. Ich hatte da so ein Fliegeviech abgeschossen rum auf dem Dach. Ich denke mal, das ist das, was da noch, dass das jetzt rot ist. Drunter haben wir auch alles und drüber haben wir auch soweit alles. Eine Sache fehlt mir und zwar bei Haus Beneviento. Ja, ja, das Kugel-Labyrinth. Ich weiß nicht, wo ich die Kugel herkriege, ehrlich gesagt. Aber ich würde es gerne nochmal probieren. Und hier ist es halt auch noch. Aber ich weiß bei weitem nicht, was... Wo sind wir eigentlich? Aktuell? Ach, hier. Bei der Kirche, ja. Ich weiß aktuell nicht, was wir vergessen haben. Ich spiele übrigens jetzt, äh, an meinem TV-Gerät. Hier ist bessere Quali möglich, HDR, bla, bla, bla. Und ich habe auch mal so ein bisschen in den Einstellungen geguckt. Habe mal hier mein Fadenkreuz rot gemacht. Haus Beneviento. Schon mal gucken. Das Haus hier zeigt halt auch noch was Rotes. Ich finde es einfach nicht. Hier draußen ist es nicht. Es muss drinnen sein. Aber ich weiß einfach nicht, was... Habe mich mehrmals umgeschaut. Ich habe keine Ahnung, was es hier noch geben soll. Das haben wir schon gelesen. Im Nebenraum ist halt nichts mehr zum Öffnen. Die haben wir schon geöffnet. Ich... Ich weiß es nicht, Leute. Wenn ihr es wisst, lasst es mich bitte wissen. Denn ich habe keine Ahnung, was ich hier vergessen habe. Keine Ahnung, ob ich hier auch was auf dem Dach abgeschossen habe. Aber hier wird nichts angezeigt zum Einsammeln. Schade. Schade, 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 schade. Ich hätte im Dorf auch gern alles blau gehabt. So, jetzt mal kurz nochmal den Beneviento-Weg. Weil irgendwie habe ich die Kugel nicht. Das Haus hatten wir aber blau komplett. Tag. Was geht? Kochen können wir auch nichts mehr, ne? Nee. Und nee. Feinster Fisch. Echt? Das ist noch kombinierbar. Da haben wir nichts mehr. Wir sind sehr reich. Ja, warte mal. Muni. Muni, ja, geht eigentlich. Kann man machen. Okay, nochmal. Haus Beneviento war, glaube ich, hier. Ja. Ich würde hier gern nochmal lang gehen. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Irgendwas muss ich übersehen haben. Da würde ich mich gern nochmal umschauen. Hängt hier wieder ein Käfig oder irgendwas? Ich würde mich hier nochmal ganz in Ruhe umschauen wollen. Ich umkreise hier nochmal alles. Komisches Geräusch. Kein Käfig bisher. Diese Püppchen. Gehe ich nochmal hier hoch. Aber ich glaube, hier war auch nichts. Ganz schön laut da hinten. Was ist denn da los? Hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. So, von hier sind wir gekommen. Da kommt ja hier schon die Brücke. Nicht, dass die Brücke jetzt einsturzt, weil wir jetzt hier zum zehnten mal rüber gehen. Aber hier ist auch nichts. Was habe ich übersehen? Eine Laterne. Ich gucke nochmal hier. Auch wenn ihr das auch wisst. Wegen der Kugel, wo ich sie herkriege. Oder ob ich sie überhaupt noch wiederkriege. Lasst es mich bitte, bitte wissen. Weil auch das würde ich gerne abschließen. Das Haus an sich, ja. Ist halt rot. Aber ich habe die Kugel nicht. Diese Kugel fehlt mir. Ich weiß nicht, wo ich die herkriege. Wenn man mal mit einem Arsch an die Tür kommt, ne? Schrecke ich mich immer voll. Hier ist auch nichts. Mutter werden dann adaptiert. Das hat man, glaube ich, auch schon gelesen. Ich glaube, ja. Tja. Gehe ich nochmal runter. Gehe nochmal rechts lang. Beziehungsweise hier links. Hier ist auch nochmal ein Häuschen. Aber hier müssen wir auch alles haben. Bin ich der Meinung. Hier ist es blau. Brauche ich also nicht mehr reingehen. Aber hier draußen vielleicht. Ich weiß es nicht. Da geht es runter. Was habe ich übersehen? Und wo habe ich es übersehen? Nicht, dass die Kugel da drin war, hier. Das ist, äh, wäre sehr, sehr ärgerlich. Ah, da kommen wir noch rein. Ist aber blau. Können wir nochmal Fahrstuhl fahren? Scheiße. Nicht, dass es, äh, oberhalb des Fahrstuhls war. Warte mal. Ne, ist auch blau. Und das Haus hatten wir auch komplett. Kann ich das gucken? Ne. So, mal hatte ich nicht gerade noch einen Weg irgendwie gesehen. Es war gar keiner. Okay. Puh. Also hier war auch nichts. Hier hängen ein paar Leute ab. Laterne. Könnten wir nur nochmal... War das hier? Hier wollte ich lang. Ich hab sie. Hier haben wir noch gar nicht geguckt. Kugel, Sonne und Mond. Sehr schön. Dann können wir ja wieder zurückgehen. Oh, endlich. So, dann können wir das ja auch nochmal schnell machen. So. Kugel, Sonne und Mond. Bitteschön. Langsam mit den jungen Pferden. Äh, Vorsicht. Langsam, langsam. Rrrr. Bo, 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 bo. Alter, der Schwung. Das war aber recht einfach. Ja, der Onix-Schädel. Onix. Das ist ein Pokémon. Mhm. So. Bin ich froh. Ist doch blau, ne? Ja. Ja, Geilu. Ja, wie gesagt, die Dorfhäuser. Keine Ahnung. Kann ich jetzt auch nicht, äh... Ich sehe nichts dort. Vielleicht gibt's irgendwo noch was Verstecktes. Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab's nicht gesehen. Nichts gefunden. Schade eigentlich. So, okay. Hallo, Juki. Ja, ich hab grad was zum Verkaufen gefunden. Hier. Aha. Erstaunlich, ne? Jaja. Okay. Können wir überhaupt was... Mit Vergnügen. Einfach so. Weil wir die Kohle haben. So. Schönen Tag. Dir auch. Danke. So, jetzt müssten wir eigentlich... Ah, hier, die, ähm... Wir haben ja einen Wegweiser. Hier. Rose is waiting for you. Ich denke, wir mal gucken, wo sie wartet. Die kleine Rosie. Ah. Eigentlich daneben geschossen, aber ist okay. Rostige Röste. Ah, die nächste Tür. Schön. Äh, hier. Viel Glück. Dankeschön. Ich hab auch nochmal ein bisschen was an den... ...Einstellungen geändert. Schloss Dimitrescu. Hä? Wie jetzt? Okay. Es ist neben dem Schloss Dimitrescu. Hier sind Raben. Ra, 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 ra. Kann man den hier abknallen? Ich verbrate gerade unnötig Muni. Aber ist egal. Geht nicht. Schade. Kommen wir hier ins Wasser? Kann man. Okay. Ist nicht so tief. Ah. Ein Zicklein. Zick, zick. Hier sind Explosionsfässer. Ich hab keine Ahnung, warum. Da ist auch nochmal ein Tor. Wo sind wir denn hier? Sägewerk. Nenu? Wer sind denn sie? Ja, ich hab keine Lust jetzt hier mit dem Messer hier zu jagen. Mina? Mina? Warum können wir so wieder dienen? Na. Und Flintenmuni. Geil. Oh. Was war das? Mutti. Ich will da nicht rein. Hier gibt's aber einen Schatz. Hallo. Jemand zu Hause? Oh mein Gott. Ah. Der ist noch ganz frisch da oben. Guck mal. Da ist wohl jemand Appetit. Bäh. Hallo. Ich möchte nicht stören. Was ist denn, was machst du da? Ach, dein Essen. Ich bin's nur. Hi. Wie geht's denn so? Ich bin's nur. Ich bin's nur. Ich bin's nur. Ich bin's nur. Warte mal, äh, geil. Da kann man nix herstellen. Macht da mal nicht so ein Krachding. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Uäh. Fuck. Oh, Mutti. Bringt nix, ne? Er kommt da hierher. Du 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 du. Oh Gott, drei Schlösser? Okay. Wir müssen den, glaub ich, theoretisch gar nicht besiegen. Glaub ich. Hab keine Ahnung. Haben wir ja keine Fässer mehr? Das ist aber schlecht. Ich kann auch nix herstellen. Bin ich übrigens auch sehr gut. Rostige, Metallreste. Ah. Ich hol da schon wieder die Drecksraben hier, ne? Irgendwie. Oh. Mensch. Mensch. Ich will ihn irgendwie. Hallo, ich bin fest. Uäh. Ah, Mist. Haben uns erwischt. Man, ich treff nicht. Ich hab nämlich was an den Einstellungen geändert. Komm mal. Scheißpulver. Huch. Das Messer wollte ich jetzt nicht. Das Messer gibt's doch nicht. Mann, ich fall immer runter. Ja. Ja, ich würd gern Minen und sowas herstellen. Aber ich hab ja gar nix. Rostige Reste. Metallreste wären gut. Wir können doch Muni herstellen. Da fehlen jetzt Metallreste. Das ist sehr schlecht. Ich probier mal den hier aus. Ich hab den Hammerfass. Ich hab den Hammerfass. het was auf die Nursen von Nein, nein, nein. Nein 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 nein, nein nein nein! Schießpulver nochmal. oh explaining to me, GG, shoss! Lass mich in ruhe! Junge, ich habe jetzt einfach reingeballert, ist mir egal. Christeline Riesen-Axt. Schick, schick. Gott. Ja, Scharfschützengewehr habe ich hier gar nicht genutzt. Na gut. Hier wird hier sonst noch was. Ne, jetzt ist blau. Das können wir hier aufmachen. Ah, was für Essen. Kräutchen? Ah, Geflügel. Wild. Ach, das ist für uns. Okay. Hier werden also auch Tiere gespeist. Fisch. Wild. Fischwild. Ach, guck mal, da haben wir Metallreste. Hier eine schöne Salami. Was ist das für ein Ton? Was soll das? Hier haben wir alles. Okay. Vater Nikolais Engel. Das war der Schatz, ne? Ja. Okay. Da haben wir Schießpulver. Bis Solmoni. Und lelelelelelelele. Okay. Boah. Oh. Gleich zwei. Ach, deswegen die Fässer vielleicht. Na gut. So, das war Tier, ne? Ja. Sehr gut. Speichern wäre nicht schlecht. Dachte, hier stehen welche. Bitte was? Bin ich da? Wer springt denn hier hin und her? Ja. Na nur. Ein Kraut. Das klingt sehr nach Lycans. Oder wieder neue Viecher. Ja, ja. Oh Mann. Ich falle mal runter. Noch jemand? Ich höre noch einen. Glaube ich. Ich höre noch einen, aber... Ah. Moin. Hast du... Ne Brille wäre nicht schlecht. Ich höre, glaube ich, immer noch einen, oder? Sitzt da oben noch einer? Hm. Sie ist brennender. Oh, der lebt noch. War zwar nicht der Kopf, aber okay. Bitte noch nicht angreifen. Ich muss das alles einsammeln. Vielen Dank. Okay. Kommen wir da überhaupt einen? Damit? Und hier haben wir auch nicht mehr so viel Muni... Munition. Ich höre welche, aber sehe keine. Oh, hier waren wir ja schon. Was ist das für ein Ton? Hä? Ich habe das Gefühl, der Ton kommt überall her. Hallo? 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 Ist jemand hier? Ähm, ja. Da gehen wir in der nächsten Folge rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, bis zur nächsten Folge. Resident Evil Village. Tschüss.